Es ist ein wirklich Wahnsinns-Schritt für die Astrophysik. Die bisher verborgene Materie wurde gefunden. Die Wissenschaft weiß ja ziemlich genau, wie sich Materie, dunkle Materie und dunkle Energie im Weltall verteilen. Noch immer ist sie auf der Suche nach der dunklen Materie und kann sie einfach nicht finden, genauso wie die dunkle Energie. Doch auch die Materie, wie wir sie kennen, ist nur schwer auffindbar. Insgesamt die Hälfte der Materie war bisher nicht auffindbar und das ist jetzt anders. Die fehlenden 50 Prozent wurden aufgespürt, wie das gelang und wo sich diese Materie befindet. Jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen! Ja, das Universum ist schon ein Mysterium, das wir wirklich nur sehr ungenau kennen. Nicht nur, dass wir keine Ahnung von dunkler Materie und dunkler Energie haben. Wir haben nicht den blassesten Schimmer, ob sie wirklich existieren und wo sie sind und aus was sie bestehen. Wir wissen, ledig 27 Prozent des Universums bestehen aus dunkler Materie und 68 Prozent sind dunkle Energie. Wobei wir haben Gravitationslinsen beobachtet, die durch die dunkle Materie verursacht werden, also die Umlenkung des Lichts durch dunkle Materie. Aber sie selbst, die haben wir noch nie gesehen, gemessen oder haben die Teilchen entdeckt, aus der sie bestehen könnte. Ja, ist ja auch schwierig, sie ist ja schließlich dunkel, aber auch die Materie, die wir kennen, war bisher zur Hälfte einfach nicht auffindbar, beziehungsweise konnte nicht nachgewiesen werden. Also die restlichen fünf Prozent. Denn was wir sehen, Sterne, Nebel, Planeten, Galaxien, das macht nur einen Bruchteil der bekannten Materie aus. Es ist ein Zehntel, also 0,5 Prozent des Universums. Weitere 40 Prozent konnten bisher als Gas zwischen den Galaxien gefunden werden. Die Galaxien sind so weit voneinander entfernt, dass selbst die wenigen Teilchen zwischen ihnen unglaubliche Mengen ausmachen. Und jetzt wurde auch der Rest, der zwischen den Galaxien als dünne Gasfäden existiert, aufgespürt. Die verborgene Materie. Zwei Forschungsteams kamen dabei unabhängig voneinander auf dieselbe Idee. Sie werteten Daten des Planck-Satelliten nach Temperaturdaten aus. Durch fliegen Photonen, also Lichtteilchen, solche heißen Gaswolken, verringert sich die Zahl der niedrigenergetischen Photonen und die der höherenergetischen Photonen erhöht sich. Da, wo sich also das Verhältnis dieser Lichtteilchen relativ zur Hintergrundstrahlung verändert, dort gibt es Gas. Zusammen haben die Forschungsgruppen diese Gasfilamente, also diese Gasfäden, zwischen mehr als einer Million Galaxien untersucht und dabei konnten sie durch die erhobenen Daten auf die Menge des Gases zurückschließen und BÄM! Es entspricht exakt der Menge der Materie, die wir bisher noch nicht gefunden hatten. Jetzt kann zum ersten Mal eine wirklich exakte Karte des Universums angefertigt werden, denn erst jetzt wissen wir, wo sich die bekannte Materie überall befindet. Allerdings wird diese Karte eine große Lücke haben, wo die restlichen 95 Prozent, also die dunkle Energie und die dunkle Materie sind, das wissen wir nicht. Wow! Ja, wenn es mehr Erkenntnisse dazu gibt, erfahrt das natürlich hier bei Clixoom. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Ja, hier geht es zu dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Da geht es um die wirklich sehr, sehr spannende These, dass die dunkle Materie vielleicht gar nicht so unbekannt ist. Extrem spannend. Also, ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran!